Hallo und herzlich willkommen und vielen Dank, dass du einschaltest bei Society Technik und Let's Play Channel A. Vielen Dank und heute gibt es mal ein paar Informationen über diese zwei Kanäle. Ja, wo fangen wir denn am blödsten mal an? Wir nehmen einfach jetzt mal als erstes Society Technik, denn da habe ich ja jetzt ziemlich lange keine Videos mehr gemacht. Tut mir auch ein bisschen leid, aber konnte ich jetzt nicht ändern. Ist halt so. Ich habe hier mal so einen kleinen Plan aufgestellt, wie das Ganze dann später ablaufen wird. Da habe ich mal einen kompletten Monat aufgelistet, wann zu welchem Tag was kommt und ich hoffe mal, dass euch das so gefällt und das Ganze wird, denke ich mal, schon im August losgehen. Ja, da hätte ich nämlich jetzt noch ein Monat Zeit, genügend Videos vorzuproduzieren und dann könnte es einen flüssigen Übergang geben, August, September und dann muss ich auch nicht mir so einen Stress machen und schnell Videos machen, Videos machen. Nein, so habe ich genügend Zeit, jetzt langsam in die Puschen zu kommen, langsam mal ein paar Videos zu machen und das gefällt mir eigentlich gut, denn da habe ich nicht so eine Hektik und so ein... Und das will ja keiner. Ja, ist halt so. Deswegen finde ich das nochmal ganz gut. Ja, ich hoffe, es gefällt euch auch so. Und zwar fange ich doch einfach mal an. Am Montag und Dienstag kommt kein Technik-Video, aber dafür am Mittwoch und zwar gibt es dort eine App-Review. Die App ist eigentlich egal, alles Mögliche, egal ob es Spiele sind oder nützliche Programme. Da kommt wirklich alles dran, immer ein Programm in diesem einen Video. Und ja, dann am Freitag, also zwei Tage später oder einen Tag später, je nachdem wann ihr das App-Review geschaut habt, dann kommt ein Unboxing über ein Handy oder Tablet. Und an dem Wochenende werde ich dann das Review fertig machen und vielleicht auch noch die Testaufnahme, je nachdem wie schnell ich bin. Und dann wird die Woche darauf, an dem Mittwoch, entweder eine Testaufnahme kommen oder sofort das Review. Und vielleicht mache ich auch beide Sachen zusammen hochladen, das muss ich mir dann noch überlegen. Je nachdem, wie ich halt das Ganze schaffe. Aber was wir jetzt noch vergessen haben, und zwar kommt jeden Sonntag eine Mini-News von Society Technik. Oder, ja, Society Technik Mini-News, so rum. Ja, was kommt da denn so Tolles dran? Ganz einfach, ich habe damals schon, oder vor ein paar Monaten, naja, ein paar ist ein bisschen übertrieben, vor einem halben Jahr oder so, habe ich Society Technik News gemacht. Und da habe ich immer fünf bis zehn Themen der Woche herausgepickt, die ziemlich interessant waren und habe die euch so erzählt und, ja, ein bisschen was, ein bisschen meine Meinung darüber erzählt und das war eigentlich nicht schlecht, aber es war ziemlich viel Aufwand, denn da muss man auch ziemlich viel schneiden und das braucht ziemlich viel Zeit und auch die Informationen sammeln. Du musst erst mal gute News finden. Ja, und das hat halt ein bisschen Zeit beansprucht und weil das ja jede Woche kam, bin ich dann so langsam in Zeitdruck geraten und dann habe ich das nicht fertig geschafft und dann kam es erst am Mittwoch oder Donnerstag raus und dann musste ich schon wieder das nächste Video machen und das habe ich dann auch wieder nicht geschafft und so hat sich das immer weiter verzögert, was ich nicht gut fande, denn wenn es schon News der Woche ist, dann muss es auch noch innerhalb der Woche kommen, finde ich zumindest. Und deswegen habe ich mir überlegt, mache ich einfach so eine Mini-News, wo keine fünf bis zehn Themen kommen, sondern einfach nur ein großes und wichtiges. Das geht dann vielleicht von zwei bis fünf Minuten, kann aber auch mal etwas länger gehen, je nachdem, wie interessant das Thema ist und es ist halt Mini, ja, also keine 20 Minuten oder so, einfach nur ein kleines, ja, kleines jetzt ein bisschen blöd, ein tolles Thema, was halt ziemlich wichtig für die Technik oder Gaming-Welt ist und ja, manchmal auch vielleicht, was meiner Meinung nach wichtig ist und manchmal, was etwas wichtiger für die ganze Community ist und je nachdem, werde ich das dann halt dran nehmen. So, in der dritten Woche wird dann halt entweder ein Review oder eine Testaufnahme an den Mittwoch kommen, muss ich mal schauen, je nachdem, wie es halt gerade läuft. In der letzten Woche kommt dann wieder eine App-Review und an dem Freitag kommt dann noch eine Empfehlung oder ein Tutorial. Ich habe mir überlegt, falls ich doch mal ein paar mehr Empfehlungen gerade heraushauen kann, sage ich mal, oder ein paar mehr Videos darüber machen kann, dann wird das sicher, dass ziemlich lange ziehen, über Monate oder wenn ich mal doch gerade eine Tutorial-Aufnahme-Welle habe, dann könnte ich vielleicht noch, oder nein, dann werde ich auch die hochladen und dann noch in demselben Monat veröffentlichen und zwar denke ich mal dann in der dritten oder zweiten Woche, so, dass das alles ein bisschen regelmäßig ist und ja, das sollte dann eigentlich auch passen. Aber bei den Empfehlungen und Tutorials muss ich euch gleich noch sagen, dass diese auch nicht immer zu diesem Zeitpunkt kommen werden, denn es gibt nicht immer eine tolle Sache, wo ich jetzt ein Tutorial machen kann, wo ich euch helfen kann oder wo ich euch eine Empfehlung geben kann. Das ist meistens eher so eine spontane Sache, wenn ich jetzt gerade einen coolen Artikel habe, den ich mir mal bestellt habe und nicht den gut finde, dann werde ich euch einfach mal eine Empfehlung geben und ja, das kann manchmal, ja, schon ein paar Wochen dauern, bis ich mal was Cooles finde und deswegen solltet ihr euch nicht darauf verlassen, dass da auch immer etwas kommt, denn ich möchte keine Schleichwerbung oder sowas machen, ich mache nur in diesen Empfehlungen wirklich das, was mir super gut gefällt, und ja, nichts anderes. So. Ja, dann haben wir natürlich noch den Zweitkanal, den Let's Play Kanal und zwar Let's Play Channel A und da habe ich mir auch etwas überlegt, da wird jeden Montag ein Battlefield Video kommen oder halt ein anderer Shooter, je nachdem, was mir gerade Spaß macht. Am Dienstag kommt wieder nichts, dafür aber am Mittwoch und zwar Sonstiges, da werde ich dann irgendein Let's Play anfangen, was ich dann über ein paar Monate ziehe, sage ich mal. Aber so habt ihr im Kopf immer jeden Mittwoch A, cool, eine neue Folge von dem Teil, ziehe ich mir erst mal rein, ne? Und dann am Donnerstag kommt wieder nichts. Also ich habe immer mal ein paar Tage freigelassen, Dienstag, Donnerstag und Samstag, damit, ja, wenn ich jetzt jeden Tag ein Video machen würde, dann ist das ja auch ein bisschen nervig, finde ich. Und, ja, alle zwei Tage passt eigentlich schon, finde ich. Ihr könnt es mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ich noch verbessern kann. Am Freitag kommt dann Minecraft, denn Minecraft ist ein cooles Spiel und das ist auch so ein bisschen back to the roots. Damit habe ich auf dem Let's Play Kanal angefangen und damit möchte ich dann auch weitermachen. Ja, das war es eigentlich schon zu den Let's Plays. Was ich noch dringend erwähnen möchte und zwar habe ich ja noch ziemlich viele Let's Plays angefangen und zwar, was haben wir da alles? Call of Duty, Modern Warfare 3, Black Ops 2, die Kampagne, dann habe ich noch COD, MW3, Multiplayer, Let's Fail und Let's Rock und Zombie-Tipps und Bioshock 1, ja. Das waren diese fünf Sachen, die ich ab und zu mal gemacht habe, aber nie wirklich fertig. Und weil ich ja jetzt noch einen Monat Zeit habe, bis dieser Plan hier durchgeführt wird, da habe ich mir überlegt, mache ich das noch fertig, mache nebenbei diese Technik-Videos schon mal vorproduzieren und dann werde ich das Ganze so langsam umstellen und ja, dann passt das, finde ich. Mir gefällt der Plan eigentlich ziemlich gut, denn da kann ich an einem Wochenende denn so ein Let's Play, ja, sage ich mal, an einem Tag ein Let's Play aufnehmen, zum Beispiel in der ersten Woche an dem Samstag. Dann mache ich am Sonntag noch ein Technik-Video und natürlich werde ich immer schon ein paar Wochen vorproduzieren, damit ich genügend Zeit habe und nicht so einen Zeitdruck und da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen, denn ich habe sowas nicht so wirklich oft gemacht. Ich mache manchmal sowas planen, also man kann auf YouTube Videos geplant veröffentlichen, aber das mache ich dann so, dass es erst in zwei, drei Tagen kommt, aber jetzt nicht eine Woche oder zwei Wochen oder drei Wochen. Also sowas habe ich noch nie gemacht und es ist auch irgendwie komisch, wenn man so das Zeitgefühl dafür irgendwie nicht mehr so hat, denn jetzt hast du es gemacht, jetzt willst du es eigentlich auch hochladen und den Leuten zeigen und nicht erst in zwei oder drei Wochen. Deswegen muss man sich da, glaube ich, auch erstmal dran gewöhnen, aber das macht ja nichts und da könnte ich an dem Samstag zum Beispiel, wenn ich da vier Stunden oder drei Stunden aufnehme, da hätte ich eigentlich schon, ja, ich glaube einen halben Monat oder so voll oder vielleicht sogar einen ganzen. Je nachdem, wie lang dann die Folgen wären, muss ich mal schauen und so Let's Play Folgen wären ja immer ziemlich lang, wenn man aufnimmt und ich mache ja immer 15 Minuten Parts, deswegen habe ich mir auch überlegt, falls ich doch mal gerade in dem Monat ganz schön viele Videos über irgendein Spiel gemacht habe, dann werde ich einfach an dem Tag, wo zum Beispiel Minecraft kommt, gleich noch ein Minecraft Video hochladen, also zwei oder halt, vielleicht habe ich gerade noch eins übrig, machen wir gleich mal drei, so. Damit das Ganze sich nicht so weit verzögert und ja, damit das Ganze auch ein bisschen straff durchgezogen wird und jetzt nicht sich Monate oder Jahre hinzieht, nur bis man von der ersten auf die fünfte Folge kommt, das wäre auch ein bisschen blöd. Deswegen werde ich halt manchmal auch zwei Parts oder drei hochladen und bei den Technik Videos wird es glaube ich genauso sein, wenn ich mal eine gute Woche habe, sage ich mal, und gleich zwei Handy Reviews gemacht habe, zwei Unboxings, zwei Testaufnahmen, dann werde ich halt beide Videos an dem selben Tag hochladen, also zwei Unboxings, dann am nächsten Technik Video Tag wieder zwei Reviews und dann später halt noch zwei Testaufnahmen, ganz einfach. Ich hoffe, der Plan gefällt euch so, ich versuche die Videos dann immer so gegen 16 Uhr oder vielleicht auch 18 Uhr, werde ich mir noch überlegen, was besser ist und dann werden die da immer veröffentlicht. Ja, ich hoffe, dass es euch so gefällt und dann muss ich noch ganz kurz was sagen und zwar vielen Dank erstmal, dass viele Leute auf dem Society Technik Kanal noch geblieben sind, also es waren irgendwas bei 400 Leute und es haben mich ein paar deabonniert, kann ich gut verstehen, aber jetzt sind es immer noch so 392, ist trotzdem noch eine ziemlich große Menge an Leuten, die meine Videos, hoffe ich mal, bald wieder sehen möchte und ja, auch auf dem Let's Play Kanal hat sich einiges getan, da habe ich jetzt sogar schon 197 Abonnenten, also habe ich schon ziemlich aufgeholt gegenüber dem Technik Kanal, das freut mich sehr und ich hoffe, dass wir dann später noch weiter wachsen werden, damit wir, ich denke mal, dann auch später richtig coole Community Projekte machen werden und was ich vielleicht auch noch bei den Technik Videos ab und zu mal machen werde, ist so eine Hülle oder sowas auspacken, also so ein Unboxing über so eine Hülle und wenn ich die nicht brauche oder so, dann könnte ich die ja verlosen, das wäre ja noch eine gute Möglichkeit, damit ich ab und zu mal auch was Gutes für euch tue, genau, nicht nur meine Videos, nein, dann bekommt ihr vielleicht auch mal eine Hülle, wäre doch mal was, ja, ähm, das war es eigentlich hier zu diesem Informationsvideo, ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ihr sehr auf die neuen Videos gespannt werdet, ähm, ich werde noch ein bisschen was am Design bei Society Technik ändern, zum Beispiel diese Einblendung, besuche mich auf der Webseite oder auf Facebook, da werde ich noch ein bisschen was am Design ändern, dass es ein bisschen besser aussieht, als in den vorherigen Videos und da bedanke ich mich sehr bei euch, dass es euch hoffentlich bald wieder gefallen wird, vielleicht hat euch dieses Informationsvideo auch schon gefallen, wer weiß, ähm, ja, dann vielen Dank, dass du bis hierhin geschaut hast, ja, ist auch schon mal toll, dass du das Video komplett zu Ende geschaut hast, das ist, ja, cool, like a boss, mein Freund oder Freundin oder was auch immer du bist oder, keine Ahnung, ich will es jetzt hier nicht übertreiben, mach es einfach gut, macht es gut, viel Spaß, wir sehen uns bald wieder, ciao. Society Technik, dein Team für Technik, hä? hä? Kennt ihr das noch? hä? Ciao, okay, das reicht.